Irene und Jan in Berlin Was machen wir jetzt? Erstmal eine Pause. Bitte denk an meine Füße. Wir sind bestimmt schon 50 Kilometer gelaufen. Quatsch! Wir waren erst am Brandenburger Tor und jetzt am Hackischen Markt. Und auf dem Reichstag. Erinnerst du dich? Tja, mein Schatz. Berlin ist eben größer als Konstanz. Wir können eine Stadtrundfahrt machen. Oder hast du Lust auf eine Bootsfahrt? Auf der Spree kann man durch das alte Stadtzentrum fahren. Ich weiß nicht. Gehen wir lieber ins Museum. In welches? Ich schau mal im Stadtplan. Die Museumsinsel ist ganz in der Nähe. Die liegt gleich neben dem Hackischen Markt. Und was gibt es da? Da sind mehrere Museen. Oder wir gehen ins Historische Museum. Mir ist das egal. Was magst du? Dich und Berliner Luft. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. So mit ihrem Holden Duft, Duft, Duft. Das ist ein altes Lied. Du, ich hab eine Idee. Wir gehen zum Mauermuseum am Checkpoint Charlie. Wie bitte? Wohin willst du? Checkpoint Charlie. Da war früher die Mauer. Einverstanden. Aber frag mal meine Füße. Und die sagen, wir fahren. Wir haben doch die Welcome-Card. Entschuldigung. Wie weit ist es bis zum Mauermuseum am Checkpoint Charlie? Na ja. Zu Fuß ungefähr eine Dreiviertelstunde. Uff. Das ist viel zu weit. Können wir auch fahren? Klar. Das ist ganz einfach. Nehmen Sie eine S-Bahn und fahren Sie eine Haltestelle bis zur Friedrichstraße. An der Friedrichstraße steigen Sie in die U-Bahn um. Linie 6 Richtung Altmariendorf. Fahren Sie bis zur Kochstraße. Ich glaube, das sind drei Haltestellen. Ganz in der Nähe ist das Mauermuseum. Geht das schneller? Natürlich. Das dauert vielleicht eine Viertelstunde. Ralf Gerlach erzählt. Wo sind wir? Ich weiß nicht. Was ist das? Vielleicht Reste von der Berliner Mauer? Das glaube ich nicht. Komm, wir fragen den Mann dort. Ja. Das ist sicher kein Tourist. Entschuldigung. Darf ich Sie etwas fragen? Sind das hier Reste von der Berliner Mauer? Ja, genau. Sehen Sie die Linie auf der Straße? Hier war die Mauer und hat Berlin in Ost und West geteilt. Habe ich Sie richtig verstanden? Die Mauer hat die ganze Stadt geteilt? Ja, fast 30 Jahre. Von 1961 bis 1989. Die Maueröffnung am 9. November 1989 war für uns DDR-Bürger wie ein Wunder. Dann haben Sie damals in der DDR gelebt? Ja, in Ost-Berlin am Prenzlauer Berg. Sie sagten, Sie sagten, die Maueröffnung war wie ein Wunder. Was ist damals passiert? Diesen Tag vergesse ich nie. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Wenn es Sie interessiert, erzähle ich Ihnen, wie das war. Ja, gerne. Ich kann mich nicht erinnern. Ich war damals noch keine 10 Jahre alt. Also, das war so. Ich habe damals mit meiner Frau in Ost-Berlin gelebt. Wir haben schon seit 20 Jahren am Prenzlauer Berg gewohnt. Und dann plötzlich die Revolution. Aber der Reihe nach. 1989 war für uns in der DDR wirklich ein spannendes Jahr. Wir haben täglich die Nachrichten gesehen. Ich weiß noch genau, am 9. November 1989 ist es dann passiert. Der 9. November war ein Donnerstag. Um 19 Uhr haben sie im Fernsehen erzählt, DDR-Bürger dürfen jetzt in die Bundesrepublik und nach West-Berlin ausreisen. Eine sensationelle Nachricht. Wir konnten es fast nicht glauben. Aber wir waren alle neugierig und sind mit dem Trabi zur Grenze. Also zur Mauer gefahren. Ganz viele Menschen waren schon da. Und um 23 Uhr haben dann die Grenzsoldaten die Grenze geöffnet. Wir waren frei. Wir konnten endlich wieder in den Westen. Auf der anderen Seite von der Mauer haben uns tausende West-Berliner empfangen. Sie haben uns Blumen und Sekt geschenkt und alle haben geweint. Die Freude war wirklich grenzenlos. Was haben Sie in West-Berlin gemacht? Wir haben eigentlich nur eine Stadtrundfahrt gemacht. Stellen Sie sich vor, das war fast 30 Jahre nicht möglich. Wir sind zum Tiergarten gefahren. Den Kudamm rauf und runter. Wir wollten einfach die berühmte Straße sehen mit den vielen Geschäften. Den Kudamm, verstehen Sie? Der Kurfürstendamm. Gegen ein Uhr sind wir wieder nach Hause zurückgefahren. In den Osten. Hier haben die Leute am Alexanderplatz die ganze Nacht gefeiert. Eine Stimmung wie auf einem Volksfest. Musik, Tanz, Bier. Alle waren einfach glücklich. Ich sag Ihnen, diese Nacht vergesse ich nie. Sehen Sie, dieses Foto habe ich immer dabei. Hier, im blauen Trabi. Das sind wir. Gespräch im Café Ich war in Krakau und in Warschau. Da habe ich die Altstadt besucht. Schöne Plätze, bunte Häuser, ruhige Höfe. Aber die Altstadt ist erst 60 Jahre alt. Wie bitte? Habe ich dich richtig verstanden? Ja. Die Altstadt ist erst 60 Jahre alt. Altstadt und erst 60 Jahre alt. Das verstehe ich nicht. Die Altstadt von Warschau war völlig zerstört. Wann war das? Im Zweiten Weltkrieg. 1944. Und gleich nach dem Krieg hat die Regierung den Wiederaufbau geplant. Was heißt Wiederaufbau? Die Polen haben ihre zerstörte Hauptstadt im alten Stil wieder aufgebaut. Und als Vorlage haben sie alte Pläne und Bilder benutzt. Ich verstehe. Die Polen haben die Altstadt von Warschau genauso aufgebaut, wie sie vor dem Krieg war. Mit allen Details. Genau. Dann fahren wir nächstes Jahr nach Warschau. Staat und Politik Es ist 18 Uhr. Hier unser Nachrichtenüberblick. Bürgerkrieg nach den Wahlen. Staatsbesuch beim Königspaar. Neue Umweltgesetze. Bürgerkrieg nach den Wahlen. Nach den Wahlen ist die Lage ernst. Die alte Regierung ist geflohen und in der Hauptstadt schießt die Armee auf Demonstranten. Die Not in der Bevölkerung ist groß, denn es gibt kein Wasser und keine Nahrungsmittel. Niemand weiß, wie lange die Krise noch dauert. Staatsbesuch beim Königspaar. Bei seinem Staatsbesuch hat der Präsident führende Regierungsvertreter getroffen. In Gesprächen über Politik, Kultur und Wirtschaft sprach man vor allem über zwei Themen, gegenseitige Hilfe und den Frieden in der Welt. Zum Abschluss seiner Reise besuchte der Präsident das Königspaar. Neue Umweltgesetze. Bei der Umweltkonferenz haben Politiker aus allen Parteien die aktuellen Probleme diskutiert. Dazu ein Politiker von den Grünen. Wenn wir nicht bald vernünftige Gesetze machen, gibt es eine Katastrophe. Die Luftverschmutzung wird immer schlimmer. Aber wir suchen nach Lösungen. Grafik und Text vergleichen Kannst du mir helfen? Was heißt das? Von der Großfamilie zur Kleinfamilie? Das ist ganz einfach. Sieh dir die Grafik an. Links, das war im Jahr 1960. Und da gehören viele Leute zu einer Familie. Und rechts, das ist heute. Da sind die Familien viel kleiner. Und was heißt das? Von je 100 Haushalten in der Schweiz bestanden aus... Lies einfach weiter. Von je 100 Haushalten bestanden 1960 14 Haushalte aus einer Person. Das ist ganz einfach. Du hast 100 Haushalte. Von diesen 100 Haushalten gab es in 14 Haushalten nur eine Person. Und im Jahr 2000 sind es schon 36 von 100 Haushalten, die nur aus einer Person bestehen. 36 von 100 Haushalten? Ist das nicht gleich wie 36 Prozent? Ja, genau. In 36 Prozent Haushalten lebt nur eine Person. Warum sagst du das nicht gleich? Prozent ist doch viel einfacher, das kenne ich. Aber was heißt das? Vor etwa 50 Jahren hatte noch jeder fünfte Haushalt fünf oder mehr Personen. Wenn du fünf Haushalte hast, dann gibt es in einem von diesen fünf Haushalten fünf oder mehr Personen. 1960 war jede fünfte Familie groß. Genau 21 Prozent. Ah, jetzt verstehe ich. Große Familien gibt es heute fast nicht mehr. Es gibt 36 Prozent Haushalte mit einer Person und 32 Prozent Haushalte mit zwei Personen. Genau. Und im Jahr 2000 gibt es 13 Prozent Haushalte mit drei und vier Personen. Früher waren das auch viel mehr. Ja, stimmt. Aber warum sind die Familien kleiner geworden? Was glaubst du? Zuerst einmal, es gibt viele Frauen, die einen Beruf haben und arbeiten. Und das geht nicht so gut, wenn man viele Kinder hat. Da ist die Frau meistens nur Hausfrau. Und es gibt mehr Scheidungen. Deshalb gibt es viele alleinerziehende Eltern, also auch kleine Haushalte. Und heute kann man die Familie auch besser planen. Es gibt Verhütungsmittel. Deshalb sind die Familien nicht mehr so groß. Wer steht denn da hinter dir? Ist das deine Oma? Ja, und neben mir. Das ist Katharina, meine beste Freundin. Sind deine Eltern auch auf dem Foto? Ja, die Mama steht neben der Oma. Und meinen Papa sieht man nicht gut. Der steht ganz hinten. Der Mann mit der Brille. Hast du keine Geschwister? Doch, Laura ist meine Schwester. Da, mit dem Finger im Mund. Und hast du auch einen Großvater? Nein, mein Opa lebt nicht mehr. Ach, wie schade. Ja. Und wer ist dann noch auf dem Foto? Da sind meine Cousinen, Eva und Barbara. Einfach alle. Und die Cousins, Philipp und Johnny und Elias. Und wer ist der Mann mit dem Bart? Das ist Onkel Hubert. Das ist bestimmt Ihre Familie. Wer ist denn da drauf? Ja, also. Da sind meine vier Kinder mit ihren Partnern. Und natürlich sind da die Enkel. Alle außer Michael. Der ist nicht auf dem Foto. Rechts von Ihnen die Frau mit der Brille. Ist das eine Tochter? Nein, das ist die Frau von Max, meine Schwiegertochter. Aber links von mir, das ist meine Tochter Ingrid. Und die andere Tochter ist die hier, mit dem Schal. Das ist Regina. Sie ist die Älteste. Und Ihre beiden Söhne? Wo sind die? Martin hält den kleinen Elias. Und Max steht ganz hinten. Mit der Brille. Das ist der Jüngste. Wann war das? Das war bei meinem 80. Geburtstag. Da hat man dieses Foto von meiner Familie gemacht. Alle Kinder und Enkel waren da. Nur Michael fehlt. Freunde und Bekannte vorstellen. Kennt ihr euch? Nein, noch nicht. Das ist Lisa, meine Schwester, die ein paar Tage zu Besuch ist. Und das ist Johanna, eine Nachbarin und Kollegin von mir. Ah, schön, dass ich dich einmal sehe, Lisa. Karin hat schon von dir erzählt. Ach so? Ich hoffe, dass sie nur Gutes erzählt hat. Aber sicher. Gefällt es dir hier in München? Kennst du die Frau da drüben? Mit dem gelben Kleid? Aber sicher. Das ist Frau Born, meine Chefin. Kannst du mich mal vorstellen? Das wäre nett. Aber sicher. Komm mit. Entschuldigung, Frau Born. Darf ich Ihnen Herrn Hayek vorstellen? Er interessiert sich sehr für unsere Firma. Ah, das ist schön, dass ich Sie kennenlerne, Herr Hayek. Was machen Sie denn gerade? Ja, ich studiere Wirtschaft im letzten Jahr. Und ich kenne Frau Frisch und sie hat mir schon oft von ihrer Arbeit erzählt. Ich lasse sie mal alleine. Ist gut, Frau Frisch. Danke. Sind Sie aus Berlin, Herr Hayek? Ja. Hört man das? Interview mit Michelle Schneider Frau Schneider. Ich bin die Michelle. Wir duzen uns hier. Und das hier ist der Radrapid. Also Michelle, wie hat das alles angefangen mit dem Kurierdienst? Vor zehn Jahren habe ich die Idee gehabt. Ich habe früher bei der Post gearbeitet und habe gedacht, das kann auch schneller gehen. Ich habe mit meiner Freundin zusammen bei der Post aufgehört und neu angefangen. Sie hat ein Nähatelier aufgemacht und ich den Radrapid. Ein Raum, ein Telefon und ein Fahrrad. Am Anfang waren wir nur zwei Leute und heute sind wir zwölf. Einige arbeiten fünf Tage, viele nur zwei oder drei Tage in der Woche. Ein idealer Job für Studenten und Studentinnen. Mona zum Beispiel arbeitet seit zwei Jahren bei uns. Leider hört sie bald auf, weil sie nach Italien zurückgeht. Und was muss man können, wenn man in dieser Firma arbeiten will? Wichtig bei dieser Arbeit ist Teamfähigkeit und Flexibilität. Und natürlich müssen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freundlich sein. Aber man muss auch unter Stress arbeiten, das kommt oft vor. Und wie sieht es mit dem Geld aus? Wir zahlen gut. Wir zahlen besser als die Konkurrenz. Frag doch mal die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und die Zukunft? Ich glaube, diese Art von Arbeit hat Zukunft. Verschiedene Jobs und verschiedene Ausbildungen. Das ist die Zukunft. Und den Radrapid brauchen die Leute noch lange, weil es immer mehr Verkehr gibt. Interview mit Mona Koppi Mona, du hast gerade Pause und bist hier in der Kantine von Radrapid. Dürfen wir dich etwas fragen? Ja, sicher. Wie lange fährst du schon Rad? Seit 15 Jahren. Früher habe ich immer das Fahrrad von meiner Schwester genommen. Was ist das Gute an deinem Job? Für mich ist dieser Job ideal. Ich arbeite hier zwei Tage in der Woche. Ich muss nicht jeden Tag um 6.30 Uhr anfangen und bis um 15.30 Uhr arbeiten. Das Interessante an dieser Arbeit ist, dass es nie langweilig ist. Einmal musste ich an einem Tag viermal Liebesbriefe hin und her fahren. Gestern habe ich eine Katze zum Tierarzt transportiert. Was magst du nicht? Wenn es regnet, dann macht die Arbeit keinen Spaß. Und verdienst du genug? Ja, ich brauche das Geld für mein Studium. Ich verdiene gerade genug und fit bleibe ich auch. Und wie ist das Team hier? Wir sind wie eine große Familie. Da gibt es die Alten und die Jungen. Michelle ist die Chefin. Sie hat viel Erfahrung. Sie organisiert die Arbeit. Und wenn man ein Problem hat, dann hat sie immer Zeit. Und der Mann in der Werkstatt? Peter? Der arbeitet noch nicht lange hier. Er hat gesagt, er will schnell Geld verdienen und dann mit seinem Geld ein eigenes Geschäft aufmachen. Die anderen kenne ich nicht so gut, weil wir meist unterwegs sind. Der Auftrag Guten Tag. Radrapid, Michelle Schneider. Was kann ich für Sie tun? Werbeagentur Advice, Felix Hammer. Wir haben hier Dokumente. Sie müssen in einer Stunde bei unserem Kunden sein. Das ist das Reisebüro Mondo. Kein Problem. Ich möchte aber noch ein paar Angaben haben. Gern. Wie ist Ihre Adresse? Kantstraße 45. Im Erdgeschoss? Nein, wir sind im zweiten Stock. Und wo müssen die Dokumente hin? Zum Reisebüro Mondo, Fichtestraße 20. Nummer 20. Gut. Wir kommen zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr bei Ihnen vorbei. Das ist okay. Und die Dokumente sind spätestens um 8.45 Uhr im Reisebüro. Wunderbar. Unter welcher Nummer kann man Sie erreichen? 3-0-3-8-1-5-0. Gut. Und noch eine letzte Frage. Wer bezahlt? Sie oder der Kunde? Das zahlen wir. Schön. Ich danke Ihnen. Und auf Wiederhören, Herr Hammer. Auf Wiederhören. Mona weiß nicht weiter. Guten Tag. Hier ist Radrapid, Michelle Schneider. Was kann ich für Sie tun? Ich bin's, Mona. Ich suche die Fichtenstraße 20. Wo bist du? Ich bin in der Fichtenstraße und suche die Nummer 20. Ich sehe kein Reisebüro. Ich verstehe dich fast nicht. Wo bist du? Fichtenstraße. Aber das muss dort sein. Warte mal. Ich suche die Kopie von dem Auftrag. Hier. Also. Werbeagentur Adweiss. Kantstraße. Reisebüro Mondo. Fichtestraße. Fichtestraße. Das ist nicht die Fichtenstraße. Das ist die Fichtestraße. Gleich bei der Kantstraße. Mist. Da habe ich nicht richtig gelesen. Was soll ich machen? Komm, das schaffst du. Okay, ich fahre los. Hier ist die Sprachschule Sprachcafé. Wir sind umgezogen. Unser Büro ist heute leider geschlossen. Unsere neue Adresse ist Landstraße 521, 603 86, Frankfurt am Main. Ab morgen können Sie uns unter dieser Nummer erreichen. 069 219 67 545. Aus dem Ausland wählen Sie die Vorwahl 0049 und dann 69. Unser Büro ist von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Nach dem Pfeifton können Sie uns eine Mitteilung hinterlassen. Wir danken Ihnen für Ihren Anruf. Bild 2 Hallo. Hier ist Felix Hartmann von der Firma Duster G. Wir sollen bei Ihnen einen neuen Computer und einen Drucker installieren. Wir haben uns für morgen um 16.00 Uhr verabredet. Leider kann ich aber da nicht kommen. Geht es vielleicht auch später, zum Beispiel um 18.00 Uhr. Wenn ich von Ihnen nichts höre, komme ich also morgen um 18.00 Uhr. Wenn es Ihnen nicht passt, dann rufen Sie mich doch bitte an. Meine Nummer ist 071 371 7899. Tschüss und bis morgen. Franz Prodi erzählt Mein Großvater war Bauer und Bauarbeiter. Meine Großmutter war Bäuerin und Hausfrau. Sie hatten acht Kinder. Meine Mutter hat eine Lehre gemacht. Sie hat als Verkäuferin gearbeitet, bis die Kinder gekommen sind. Dann ist sie zu Hause geblieben. Mein Vater hat studiert und hat zuerst als Beamter beim Steueramt gearbeitet. Und später hat er sich als Anwalt selbstständig gemacht. Meine Schwester wollte auch Bäuerin werden, wie die Großmutter. Heute ist sie Gärtnerin. Mein Traumberuf war Arzt. Heute arbeite ich als Computerspezialist in einem internationalen Betrieb. Mein kleiner Bruder wollte zuerst Elektriker werden. Dann Politiker und jetzt ist der Barmann. Unsere Tochter möchte einmal eine Lehre als Malerin machen und auf dem Bau arbeiten. Und unser Sohn will Musiker und Sänger werden. Er sagt, ich möchte nicht einen Beruf, ich möchte hundert Berufe. Denn ich möchte hundert Dinge machen. Irene und Jan in Berlin Was machen wir jetzt? Erstmal eine Pause. Bitte denk an meine Füße. Wir sind bestimmt schon 50 Kilometer gelaufen. Quatsch. Wir waren erst am Brandenburger Tor und jetzt am Hackeschen Markt. Und auf dem Reichstag. Erinnerst du dich? Tja, mein Schatz. Berlin ist eben größer als Konstanz. Wir können eine Stadtrundfahrt machen. Oder hast du Lust auf eine Bootsfahrt? Auf der Spree kann man durch das alte Stadtzentrum fahren. Ich weiß nicht. Gehen wir lieber ins Museum. In welches? Ich schau mal im Stadtplan. Die Museumsinsel ist ganz in der Nähe. Die liegt gleich neben dem Hackeschen Markt. Und was gibt es da? Da sind mehrere Museen. Oder wir gehen ins Historische Museum. Mir ist das egal. Was magst du? Dich. Und Berliner Luft. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. So mit ihrem Holden Duft, Duft, Duft. Das ist ein altes Lied. Du, ich hab eine Idee. Wir gehen zum Mauermuseum am Checkpoint Charlie. Wie bitte? Wohin willst du? Checkpoint Charlie. Da war früher die Mauer. Einverstanden. Aber frag mal meine Füße. Und die sagen, wir fahren. Wir haben doch die Welcome-Card. Entschuldigung. Wie weit ist es bis zum Mauermuseum am Checkpoint Charlie? Naja, zu Fuß ungefähr eine Dreiviertelstunde. Uff, das ist viel zu weit. Können wir auch fahren? Klar, das ist ganz einfach. Nehmen Sie eine S-Bahn und fahren Sie eine Haltestelle bis zur Friedrichstraße. An der Friedrichstraße steigen Sie in die U-Bahn um. Linie 6 Richtung Alt-Mariendorf. Fahren Sie bis zur Kochstraße. Ich glaube, das sind drei Haltestellen. Ganz in der Nähe ist das Mauermuseum. Geht das schneller? Natürlich. Das dauert vielleicht eine Viertelstunde. Ralf Gerlach erzählt. Wo sind wir? Ich weiß nicht. Was ist das? Vielleicht Reste von der Berliner Mauer? Das glaube ich nicht. Komm, wir fragen den Mann dort. Ja, das ist sicher kein Tourist. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Sind das hier Reste von der Berliner Mauer? Ja, genau. Sehen Sie die Linie auf der Straße? Hier war die Mauer und hat Berlin in Ost und West geteilt. Habe ich Sie richtig verstanden? Die Mauer hat die ganze Stadt geteilt? Ja, fast 30 Jahre. Von 1961 bis 1989. Die Maueröffnung am 9. November 1989 war für uns DDR-Bürger wie ein Wunder. Dann haben Sie damals in der DDR gelebt? Ja, in Ost-Berlin, am Prenzlauer Berg. Sie sagten, die Maueröffnung war wie ein Wunder. Was ist damals passiert? Diesen Tag vergesse ich nie. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Wenn es Sie interessiert, erzähle ich Ihnen, wie das war. Ja, gerne. Ich kann mich nicht erinnern. Ich war damals noch keine 10 Jahre alt. Also, das war so. Ich habe damals mit meiner Frau in Ost-Berlin gelebt. Wir haben schon seit 20 Jahren am Prenzlauer Berg gewohnt. Und dann plötzlich die Revolution. Aber der Reihe nach. 1989 war für uns in der DDR wirklich ein spannendes Jahr. Wir haben täglich die Nachrichten gesehen. Ich weiß noch genau, am 9. November 1989 ist es dann passiert. Der 9. November war ein Donnerstag. Um 19 Uhr haben Sie im Fernsehen erzählt, DDR-Bürger dürfen jetzt in die Bundesrepublik und nach West-Berlin ausreisen. Eine sensationelle Nachricht. Wir konnten es fast nicht glauben. Aber wir waren alle neugierig und sind mit dem Trabi zur Grenze. Also zur Mauer gefahren. Ganz viele Menschen waren schon da. Und um 23 Uhr haben dann die Grenzsoldaten die Grenze geöffnet. Wir waren frei. Wir konnten endlich wieder in den Westen. Auf der anderen Seite von der Mauer haben uns tausende West-Berliner empfangen. Sie haben uns Blumen und Sekt geschenkt und alle haben geweint. Die Freude war wirklich grenzenlos. Was haben Sie in West-Berlin gemacht? Wir haben eigentlich nur eine Stadtrundfahrt gemacht. Stellen Sie sich vor, das war fast 30 Jahre nicht möglich. Wir sind zum Tiergarten gefahren, den Kudamm rauf und runter. Wir wollten einfach die berühmte Straße sehen mit den vielen Geschäften, den Kudamm. Verstehen Sie? Der Kurfürstendamm. Gegen 1 Uhr sind wir wieder nach Hause zurückgefahren, in den Osten. Hier haben die Leute am Alexanderplatz die ganze Nacht gefeiert. Eine Stimmung wie auf einem Volksfest. Musik, Tanz, Bier. Alle waren einfach glücklich. Ich sag Ihnen, diese Nacht vergesse ich nie. Sehen Sie, dieses Foto habe ich immer dabei. Hier, im blauen Trabi. Das sind wir. Gespräch im Café Irine, warst du schon mal in Polen? Nein, Jan. Du? Ja, letztes Jahr. Wo warst du genau? Ich war in Krakau und in Warschau. Da habe ich die Altstadt besucht. Schöne Plätze, bunte Häuser, ruhige Höfe. Aber die Altstadt ist erst 60 Jahre alt. Wie bitte? Habe ich dich richtig verstanden? Ja, die Altstadt ist erst 60 Jahre alt. Altstadt und erst 60 Jahre alt. Das verstehe ich nicht. Die Altstadt von Warschau war völlig zerstört. Wann war das? Im Zweiten Weltkrieg, 1944. Und gleich nach dem Krieg hat die Regierung den Wiederaufbau geplant. Was heißt Wiederaufbau? Die Polen haben ihre zerstörte Hauptstadt im alten Stil wieder aufgebaut. Und als Vorlage haben sie alte Pläne und Bilder benutzt. Ich verstehe. Die Polen haben die Altstadt von Warschau genauso aufgebaut, wie sie vor dem Krieg war. Mit allen Details. Genau. Dann fahren wir nächstes Jahr nach Warschau. Staat und Politik Es ist 18 Uhr. Hier unser Nachrichtenüberblick. Bürgerkrieg nach den Wahlen. Staatsbesuch beim Königspaar. Neue Umweltgesetze. Bürgerkrieg nach den Wahlen. Nach den Wahlen ist die Lage ernst. Die alte Regierung ist geflohen und in der Hauptstadt schießt die Armee auf Demonstranten. Die Not in der Bevölkerung ist groß, denn es gibt kein Wasser und keine Nahrungsmittel. Niemand weiß, wie lange die Krise noch dauert. Staatsbesuch beim Königspaar. Bei seinem Staatsbesuch hat der Präsident führende Regierungsvertreter getroffen. In Gesprächen über Politik, Kultur und Wirtschaft sprach man vor allem über zwei Themen, gegenseitige Hilfe und den Frieden in der Welt. Zum Abschluss seiner Reise besuchte der Präsident das Königspaar. Neue Umweltgesetze. Bei der Umweltkonferenz haben Politiker aus allen Parteien die aktuellen Probleme diskutiert. Dazu ein Politiker von den Grünen. Wenn wir nicht bald vernünftige Gesetze machen, gibt es eine Katastrophe. Die Luftverschmutzung wird immer schlimmer, aber wir suchen nach Lösungen. Grafik und Text vergleichen Kannst du mir helfen? Was heißt das? Von der Großfamilie zur Kleinfamilie? Das ist ganz einfach. Sieh dir die Grafik an. Links, das war im Jahr 1960. Und da gehören viele Leute zu einer Familie. Und rechts, das ist heute. Da sind die Familien viel kleiner. Und was heißt das? Von je 100 Haushalten in der Schweiz bestanden aus... Lies einfach weiter. Von je 100 Haushalten bestanden 1960 14 Haushalte aus einer Person. Das ist ganz einfach. Du hast 100 Haushalte. Von diesen 100 Haushalten gab es in 14 Haushalten nur eine Person. Und im Jahr 2000 sind es schon 36 von 100 Haushalten, die nur aus einer Person bestehen. 36 von 100 Haushalten? Ist das nicht gleich wie 36 Prozent? Ja, genau. In 36 Prozent Haushalten lebt nur eine Person. Warum sagst du das nicht gleich? Prozent ist doch viel einfacher, das kenne ich. Aber was heißt das? Vor etwa 50 Jahren hatte noch jeder fünfte Haushalt fünf oder mehr Personen. Wenn du fünf Haushalte hast, dann gibt es in einem von diesen fünf Haushalten fünf oder mehr Personen. 1960 war jede fünfte Familie groß. Genau 21 Prozent. Ah, jetzt verstehe ich. Große Familien gibt es heute fast nicht mehr. Es gibt 36 Prozent Haushalte mit einer Person und 32 Prozent Haushalte mit zwei Personen. Genau. Und im Jahr 2000 gibt es 13 Prozent Haushalte mit drei und vier Personen. Früher waren das auch viel mehr. Ja, stimmt. Aber warum sind die Familien kleiner geworden? Was glaubst du? Zuerst einmal, es gibt viele Frauen, die einen Beruf haben und arbeiten. Und das geht nicht so gut, wenn man viele Kinder hat. Da ist die Frau meistens nur Hausfrau. Und es gibt mehr Scheidungen. Deshalb gibt es viele alleinerziehende Eltern, also auch kleine Haushalte. Und heute kann man die Familie auch besser planen. Es gibt Verhütungsmittel. Deshalb sind die Familien nicht mehr so groß. Generationen Wer steht denn da hinter dir? Ist das deine Oma? Ja, und neben mir. Das ist Katharina, meine beste Freundin. Sind deine Eltern auch auf dem Foto? Ja, die Mama steht neben der Oma. Und meinen Papa sieht man nicht gut. Der steht ganz hinten. Der Mann mit der Brille. Hast du keine Geschwister? Doch. Laura ist meine Schwester. Da, mit dem Finger im Mund. Und hast du auch einen Großvater? Nein, mein Opa lebt nicht mehr. Ach, wie schade. Ja. Und wer ist da noch auf dem Foto? Da sind meine Cousinen, Eva und Barbara. Einfach alle. Und die Cousins, Philipp und Johnny und Elias. Und wer ist der Mann mit dem Bart? Das ist Onkel Hubert. Das ist bestimmt ihre Familie. Wer ist denn da drauf? Ja, also, da sind meine vier Kinder mit ihren Partnern. Und natürlich sind da die Enkel, alle außer Michael. Der ist nicht auf dem Foto. Rechts von Ihnen die Frau mit der Brille. Ist das eine Tochter? Nein, das ist die Frau von Max, meine Schwiegertochter. Aber links von mir, das ist meine Tochter Ingrid. Und die andere Tochter ist die hier mit dem Schal. Das ist Regina. Sie ist die Älteste. Und ihre beiden Söhne? Wo sind die? Martin hält den kleinen Elias und Max steht ganz hinten mit der Brille. Das ist der Jüngste. Wann war das? Das war bei meinem 80. Geburtstag. Da hat man dieses Foto von meiner Familie gemacht. Alle Kinder und Enkel waren da. Nur Michael fehlt. Kennt ihr euch? Nein, noch nicht. Das ist Lisa, meine Schwester, die ein paar Tage zu Besuch ist. Und das ist Johanna, eine Nachbarin und Kollegin von mir. Ah, schön, dass ich dich einmal sehe, Lisa. Karin hat schon von dir erzählt. Ach so? Ich hoffe, dass sie nur Gutes erzählt hat. Aber sicher. Gefällt es dir hier in München? Kennst du die Frau da drüben mit dem gelben Kleid? Aber sicher, das ist Frau Born, meine Chefin. Kannst du mich mal vorstellen? Das wäre nett. Aber sicher, komm mit. Entschuldigung, Frau Born, darf ich Ihnen Herrn Hayek vorstellen? Er interessiert sich sehr für unsere Firma. Ah, das ist schön, dass ich Sie kennenlerne, Herr Hayek. Was machen Sie denn gerade? Ja, ich studiere Wirtschaft im letzten Jahr. Und ich kenne Frau Frisch und sie hat mir schon oft von ihrer Arbeit erzählt. Ich lasse sie mal alleine. Ist gut, Frau Frisch. Danke. Sind Sie aus Berlin, Herr Hayek? Ja, hört man das? Interview mit Michelle Schneider Frau Schneider. Ich bin die Michelle. Wir duzen uns hier. Und das hier ist der Radrapid. Also Michelle, wie hat das alles angefangen mit dem Kurierdienst? Vor zehn Jahren habe ich die Idee gehabt. Ich habe früher bei der Post gearbeitet und habe gedacht, das kann auch schneller gehen. Ich habe mit meiner Freundin zusammen bei der Post aufgehört und neu angefangen. Sie hat ein Nähatelier aufgemacht und ich den Radrapid. Ein Raum, ein Telefon und ein Fahrrad. Am Anfang waren wir nur zwei Leute und heute sind wir zwölf. Einige arbeiten fünf Tage, viele nur zwei oder drei Tage in der Woche. Ein idealer Job für Studenten und Studentinnen. Mona zum Beispiel arbeitet seit zwei Jahren bei uns. Leider hört sie bald auf, weil sie nach Italien zurückgeht. Und was muss man können, wenn man in dieser Firma arbeiten will? Wichtig bei dieser Arbeit ist Teamfähigkeit und Flexibilität. Und natürlich müssen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freundlich sein. Aber man muss auch unter Stress arbeiten, das kommt oft vor. Und wie sieht es mit dem Geld aus? Wir zahlen gut. Wir zahlen besser als die Konkurrenz. Frag doch mal die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und die Zukunft? Ich glaube, diese Art von Arbeit hat Zukunft. Verschiedene Jobs und verschiedene Ausbildungen. Das ist die Zukunft. Und den Radrapid brauchen die Leute noch lange, weil es immer mehr Verkehr gibt. Mona, du hast gerade Pause und bist hier in der Kantine von Radrapid. Dürfen wir dich etwas fragen? Ja, sicher. Wie lange fährst du schon Rad? Seit 15 Jahren. Früher habe ich immer das Fahrrad von meiner Schwester genommen. Was ist das Gute an deinem Job? Für mich ist dieser Job ideal. Ich arbeite hier zwei Tage in der Woche. Ich muss nicht jeden Tag um 6.30 Uhr anfangen und bis um 15.30 Uhr arbeiten. Das Interessante an dieser Arbeit ist, dass es nie langweilig ist. Einmal musste ich an einem Tag viermal Liebesbriefe hin und her fahren. Gestern habe ich eine Katze zum Tierarzt transportiert. Was magst du nicht? Wenn es regnet, dann macht die Arbeit keinen Spaß. Und verdienst du genug? Ja, ich brauche das Geld für mein Studium. Ich verdiene gerade genug und fit bleibe ich auch. Und wie ist das Team hier? Wir sind wie eine große Familie. Da gibt es die Alten und die Jungen. Michelle ist die Chefin. Sie hat viel Erfahrung. Sie organisiert die Arbeit. Und wenn man ein Problem hat, dann hat sie immer Zeit. Und der Mann in der Werkstatt? Peter? Der arbeitet noch nicht lange hier. Er hat gesagt, er will schnell Geld verdienen und dann mit seinem Geld ein eigenes Geschäft aufmachen. Die anderen kenne ich nicht so gut, weil wir meist unterwegs sind. Der Auftrag Guten Tag. Ratrapid, Michelle Schneider. Was kann ich für Sie tun? Werbeagentur Advice, Felix Hammer. Wir haben hier Dokumente. Sie müssen in einer Stunde bei unserem Kunden sein. Das ist das Reisebüro Mondo. Kein Problem. Ich möchte aber noch ein paar Angaben haben. Gern. Wie ist Ihre Adresse? Kantstraße 45. Im Erdgeschoss? Nein, wir sind im zweiten Stock. Und wo müssen die Dokumente hin? Zum Reisebüro Mondo, Fichtestraße 20. Nummer 20. Gut. Wir kommen zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr bei Ihnen vorbei. Das ist okay. Und die Dokumente sind spätestens um 8.45 Uhr im Reisebüro. Wunderbar. Unter welcher Nummer kann man Sie erreichen? 3-03-8-1-5-0. Gut. Und noch eine letzte Frage. Wer bezahlt? Sie oder der Kunde? Das zahlen wir. Schön. Ich danke Ihnen. Und auf Wiederhören, Herr Hammer. Auf Wiederhören. Mona weiß nicht weiter. Guten Tag. Hier ist Radrapid, Michelle Schneider. Was kann ich für Sie tun? Ich bin's, Mona. Ich suche die Fichtenstraße 20. Wo bist du? Ich bin in der Fichtenstraße und suche die Nummer 20. Ich sehe kein Reisebüro. Ich verstehe dich fast nicht. Wo bist du? Fichtenstraße. Aber das muss dort sein. Warte mal, ich suche die Kopie von dem Auftrag. Hier. Also. Werbeagentur Adweiß. Kantstraße. Reisebüro Mondo. Fichtestraße. Fichtestraße. Das ist nicht die Fichtenstraße. Das ist die Fichtestraße. Gleich bei der Kantstraße. Mist. Da habe ich nicht richtig gelesen. Was soll ich machen? Komm, das schaffst du. Okay, ich fahre los. Bild 1 Hier ist die Sprachschule Sprachcafé. Wir sind umgezogen. Unser Büro ist heute leider geschlossen. Unsere neue Adresse ist Landstraße 521, 603 86, Frankfurt am Main. Ab morgen können Sie uns unter dieser Nummer erreichen. Aus dem Ausland wählen Sie die Vorwahl 0049 und dann 69. Unser Büro ist von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Nach dem Pfeifton können Sie uns eine Mitteilung hinterlassen. Wir danken Ihnen für Ihren Anruf. Bild 2 Hallo. Hier ist Felix Hartmann von der Firma Duster G. Wir sollen bei Ihnen einen neuen Computer und einen Drucker installieren. Wir haben uns für morgen um 16.00 Uhr verabredet. Leider kann ich aber da nicht kommen. Geht es vielleicht auch später, zum Beispiel um 18.00 Uhr. Wenn ich von Ihnen nichts höre, komme ich also morgen um 18.00 Uhr. Wenn es Ihnen nicht passt, dann rufen Sie mich doch bitte an. Meine Nummer ist 071 371 7899. Tschüss und bis morgen. Franz Prodi erzählt. Mein Großvater war Bauer und Bauarbeiter. Meine Großmutter war Bäuerin und Hausfrau. Sie hatten acht Kinder. Meine Mutter hat eine Lehre gemacht. Sie hat als Verkäuferin gearbeitet, bis die Kinder gekommen sind. Dann ist sie zu Hause geblieben. Mein Vater hat studiert und hat zuerst als Beamter beim Steueramt gearbeitet. Und später hat er sich als Anwalt selbstständig gemacht. Meine Schwester wollte auch Bäuerin werden, wie die Großmutter. Heute ist sie Gärtnerin. Mein Traumberuf war Arzt. Heute arbeite ich als Computerspezialist in einem internationalen Betrieb. Mein kleiner Bruder wollte zuerst Elektriker werden. Dann Politiker. Und jetzt ist der Barmann. Unsere Tochter möchte einmal eine Lehre als Malerin machen und auf dem Bau arbeiten. Und unser Sohn will Musiker und Sänger werden. Er sagt, ich möchte nicht einen Beruf. Ich möchte hundert Berufe. Denn ich möchte hundert Dinge machen. Erinnert noch. Amen.